Fußball ist voller Klischees und deswegen dürfen wir heute auch mal reimen. Rot-Weiß, das sind ihre Farben, sie sind Schwaben und das gilt in guten und in schlechten Tagen. Wir waren letztes Jahr in der zweiten Liga bei allen Ausartsspielen dabei, allen 19 Ausartsspielen. Uns sind eigentlich über 700 Dauerkarten, da ist dann schon was geboten. Die Leute gehen zum VfB und haben ihr Herz an der richtigen Stelle. Der erste Vorsitzende Joachim Schmid ist stolz auf seine Leute. 40 Jahre Fanclub, 40 Jahre Rot-Weiße Schwaben Bergheim. RWS, das steht heute für einen der ältesten und bekanntesten Fanclubs des VfB Stuttgart. 23 Gründungsmitglieder waren es 1977. Mit über 1200 Mitgliedern heute zählt RWS zu den größten Fanclubs deutschlandweit. Über 100 Fans haben das Jubiläum am Samstag in der Osterfeldhalle Bergheim gefeiert. Zu den Gratulanten gehörte da natürlich auch der VfB, bei dem man genau weiß, was man an dem Fanclub hat. Die RWS Bergheim sind eine Institution im VfB Stuttgart und für den VfB Stuttgart und sind unheimlich wertvoll. Deshalb nochmal herzliche Glückwünsche an die RWS Bergheim und vielen Dank für das tolle Engagement, das sie für den VfB Stuttgart erbringen. Glückwünsche für die treuen Fans, ihren Einsatz für den Verein, aber auch ihr soziales Engagement gab es zudem von der Stadt Essling und dem Württembergischen Landessportbund.